Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Heute pflanze ich eine weitere Tropische Nutzpflanze und zwar habe ich mir für heute eine Mango vorgenommen. Wie man das macht, zeige ich euch mal. So, wenn ihr eine Mango pflanzen wollt, braucht ihr natürlich zuerst mal eine Mango. Die habe ich schon mal gegessen und übrig bleibt dann dieser Kern. Den habe ich schon mal etwas abgewaschen und geschwubbt und so gut ist gegen alle Fasern entfernt. Den können wir allerdings nicht so pflanzen, wie er ist. Das würde ewig brauchen, bis der aufgeht. Im Inneren dieses Kerns befindet sich allerdings ein Samen. Und da könnt ihr gucken, an einer Stelle ist dieser Kern meist etwas breiter, hier am Rand. Da kann man mit einem Messer reinfahren und den Kern dann knacken und aufhebeln. Ich habe das Glück, dieser Kern ist schon etwas weiter offen und ich kann jetzt einfach so mit den Händen vorsichtig auseinanderziehen. So, und hier raus entnehme ich jetzt meinen Samen. Wenn wir den Samen hier so entfernt haben, können wir den jetzt in einen Topf einplanzen. Dazu stecken wir ihn hinein wie eine Wand, also nicht aufrecht so oder auch nicht im Liegen, sondern wie eine Wand eben. Dabei gibt es eine Seite, die oft aussieht, als würde schon etwas herauswachsen oder so, als würde ein Trieb herauskommen. Das ist tatsächlich die Wurzel, was wir hier sehen. Und diese Seite kommt so nach unten. Stecken wir jetzt hier hinein bis ungefähr zur Hälfte und geben dann noch etwas Erde hinzu. So, dass er gut aufgefüllt ist. Die Spitze können wir aber ruhig ein bisschen rausgucken lassen. Und wenn wir ihn eingraben, dann immer nur ganz flach. Alles, was uns zum Schluss noch bleibt, ist das Ganze ein wenig anzufeuchten, um die Wachstumsbedingungen zu fördern. Denn auch die Mangosamen mögen es schön warm und feucht. So, das war es für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben natürlich freuen. Ich werde die frischgepflanzte Mango jetzt zu meiner Avocado in die Kiste stellen und warte, das vorzukeilen. Wir sehen uns wieder am Montag. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.